Es war am Anfang so schön, aber es ist nicht mehr so, wie es war. Ich fühle die Liebe nicht mehr. Wir haben Kinder und ich weiß nicht, wie wir das jetzt irgendwie machen sollen. Es sind sehr viele Enttäuschungen, die im Laufe der Zeit vielleicht gestapelt wurden. Es sind sehr viele Probleme, wo man einfach gar nicht miteinander sprechen kann darüber. Es gibt sehr viele Schuldgefühle, es gibt sehr viel Geratter im Kopf, der einfach die ganze Energie wegraubt, wo ich dann nicht mehr arbeiten kann, wo ich nicht mehr mit Freunden treffen kann, wo ich das, was mir immer Freude gemacht hat, nicht mal Lust habe zu machen. Kennst du das? Wenn es um Paartherapie geht, ich habe recherchiert, in Google kann man 81 Euro die Stunde dafür, also den Durchschnitt, ausgeben, 46 Stunden, wo man da hingeht, um das zu lösen. Das sind 3.700 Euro, die man dafür ausgibt, plus diese Stunden, wo man dann einmal hingeht, da versucht man irgendwas zu machen, dann kommt man nach Hause, dann gibt es noch mehr Streit, dann geht man wieder hin, die Kinder leiden drunter, die gesamte Verwandtschaft sagt, was ist los mit denen, man kommt irgendwie halt auch mit den Gedanken einfach nirgendwo anders weiter. Das ist die eine Situation. Das andere ist, das Paar ist schon auseinander und danach falle ich in einen tiefen Loch. Ich habe selber diese Erfahrung gemacht. In dem Moment denke ich die ganze Zeit, okay, was macht denn die Frau? Wo ist sie denn? Da muss ich jede Möglichkeit herausfinden, okay, hier ist sie auf Facebook vielleicht zu finden, in Versuche zu googeln zu finden, was macht sie auf Instagram, was ist denn da und so weiter, weil ich einfach nicht verstehe, was da los ist. Ich habe einfach keine Antworten für meine Fragen. Was ist mit mir falsch? Was war mit der Beziehung falsch? Mensch, diese ganzen Gedanken, die fressen so viele Ressourcen, die machen dich kaputt, körperlich. Die lassen dir einfach nicht deine Energie für das, was für dein Leben wichtig ist, was für deine Kinder wichtig ist, was für deine Zukunft wichtig ist, aber auch egal was, die lassen dich in keine Richtung vorankommen. Das ist eine Sache, was du unbedingt so schnell wie möglich in Ordnung bringen musst. Ich biete Paartherapien aus verschiedenen Gründen an. Erstens sind ja halt die Werte und die Ziele und die Visionen, die Vorstellungen, Bedürfnisse und so weiter, können sich im Laufe der Zeit verändern. Wenn sie sich nicht verändern, dann bist du aus Stein gemacht. Es gibt keinen Mensch, der sich nicht verändert. Jeder Moment kann ich fröhlich sein und dann bekomme ich einen Anruf, dass da irgendjemand, den ich liebe, gestorben ist, dann will ich wieder runter. Ich habe ein Baby verloren im siebten Monat. Es wäre total verrückt, wenn in dem Moment jemand lacht. Es ist ganz normal, dass ich in dem Moment dann zwei, drei Tage lang mich eingeschlossen habe und nur aufgeweint habe, meine Frau umarmt habe. Wenn ich das nicht durchfließen lasse, ist das ein Grund, warum einfach die Beziehung auseinanderbrechen kann. Es verändert Menschen. Wenn diese Veränderungen tatsächlich da sind, dann kann es sein, dass man sich ja ein bisschen auseinanderlebt. Die Werte haben sich verändert. Und man muss wieder eine Übereinstimmung finden. Wenn diese Übereinstimmung nicht gefunden werden kann, weil man einfach tatsächlich andere Ziele hat, die sich voreinander entfernt haben, dann sollte man aber halt vernünftig, locker, mit Übereinstimmung, mit Freude vielleicht sogar, in der, ja, in einer Art auseinander gehen, wo man das Flugzeug, das in der Luft ist, nicht einfach so abstürzen lässt, sondern langsam wieder landet. Ihr habt ja die Beziehung auch nicht so angefangen, sondern das ging ja einmal treffen, Restaurant, bla bla und so weiter. Und dann kann man es halt, auch wenn es einfach diese Übereinstimmung da ist, okay, wir haben einfach tatsächlich unterschiedliche Ziele. Wie können wir das gemeinsam so machen, dass es für die Kinder am besten ist, für das Finanzielle und was auch immer, dass man nicht mit Anwälten und die ganzen Sachen irgendwie halt das zu kämpfen hat, sondern überlegt sich, okay, was das ist. Aber das ist unmöglich, solange Enttäuschungen da sind, solange Probleme die ganze Offensamkeit wegziehen, solange Schuldgefühle da sind, sobald jeder Einzelne von euch Probleme mit sich selber zu tragen hat. Deswegen treffen wir uns erstmal, weil ich habe einfach Interesse daran, zu sehen, okay, kann ich euch helfen? Wenn ich mich dafür entscheide, bin ich 100% für euch da. Da ist kein Kompromiss mehr da, ich weiß, dass ich das bin. Und ihr müsst ja auch entscheiden, okay, wenn wir uns ihm anvertrauen, dann brauche ich auch voller Einsatz von jedem Einzelnen von euch. Wenn du, wenn die Beziehung schon getrennt ist, trotzdem in dir alleine herumträgst, dann musst du natürlich ganz alleine hinkommen. Aber, auch wenn zu zweit die Leute hinkommen, ist das Wichtigste, jeder Einzelne hat den ganzen Tag für sich alleine mit mir. Wir machen klare Anamnese, was alles dich beschäftigt. Wir gucken in jede Enttäuschung, die festgehangen ist. Jeden Stapel an Enttäuschungen werden wir beseitigen. Jedes Problem, was mit dir alleine zu tun hat, wo dann irgendwie auch in Kombination mit dieser Beziehung oder mit dieser Frau aufrechterhalten wird, damit du in vollem Kraft das Ding angucken kannst. Jedes Schuldgefühl, was eventuell dich von deiner Mitte trennen könnte, wenn wir die einmal durchhaben, und die alles auch bei dem Partner oder Partnerin, so dass man auf einer stabilen Basis, wo man nicht mit mir, mit sich selbst zu kämpfen hat, sondern das einfach so hat. Dann sitzt der eine Partner oder die andere Partnerin vor mir, andere sitzt hinter mir. Und ich sorge dafür, dass diese Übereinstimmungen wiederhergestellt werden, beziehungsweise, dass wir entdecken, dass da diese Übereinstimmung gar nicht existiert. Sodass das Beste ist, wenn jeder einfach einen neuen Partner findet. Der Vorteil ist, wenn diese Enttäuschungen, Probleme und Schuldgefühle weg sind, kannst du dir vorstellen, dass die nächste Beziehung einfacher ist, schöner wird? Wenn du das nicht machst, ich kann dir garantieren, jede neue Beziehung mit den alten Enttäuschungen, Problemen und Schuldgefühlen, das wird keinen Spaß machen. Ich selber, als ich dann irgendwie nach der Scheidung mich zurückgezogen hatte, neun Monate mit keinem reden wollte und überhaupt nichts mit der Welt zu tun haben wollte, hab dann endlich jemanden gefunden. Die ist jetzt meine Zuverwäserin. Und sie hat mir tatsächlich geholfen, über diese Enttäuschungen, Probleme und Schuldgefühle durchzugehen. Es hat nicht lange gedauert. Kurz danach hat meine Schwester gesagt, weißt du, du brauchst irgendjemanden, die nicht nur deutsch ist, sondern auch so ein bisschen brasilianischen Feuer hat. Seitdem bin ich mit meiner Frau zusammen. Wir haben ein Baby, ist acht Monate alt. Es ist so ein Genuss. Obwohl wir ein Mädchen verloren haben im siebten Monat, das hat uns eher noch fester zusammengebracht. Ich glaube, dass eine Beziehung, die auf Verständnis basiert, dieses lockere, gegenseitige Unterstützen dabei hat, wo man sich einfach wohl fühlt, wo du nach Hause kommen kannst und dich entspannen kannst, wo du dich fallen lassen kannst, wo da komplettes Vertrauen herrscht. es ist möglich. Manchmal ist das halt die Partnerin oder der Partner, mit dem du schon Jahre Erfahrung hattest, wo ihr euch schon ein bisschen kennt, das Richtige, wenn die Enttäuschungen, Probleme und Schuldgefühle weg sind. Manchmal ist eine neue Person da, weil einfach die Werte unterschiedlich sind. So unterschiedlich, dass es einfach nicht passt. Ich denke mal, wenn du schon so weit bist und nach Paartherapie in Hamburg gesucht hast, ist der nächste Schritt, dass du mit mir Kontakt aufnimmst. Wir werden zusammen erst mal sprechen, ob du mit deinem Partner oder Partnerin zu mir kommen wolltest oder du alleine, wie wir das dann einfach organisieren können, ob wir miteinander die Chemie passt, ob wir eine Kommunikationsebene finden, wo wir dann zusammen zurechtkommen, ob meine Methoden dir passen, sodass wir 100% da reingehen können und ein Leben erschaffen. Ich glaube, du kannst es dir vorstellen.